Nice Förderplätze Kleine mal zu töten, können wir auch machen Fange Großjahrgras, Junge, was ist mit euch falsch? Fange Großjahrgras Alter Schön, dass man auch mit denen hier nochmal so ein bisschen im Lager reden können Rede mit der Kommandantin Ich glaube die nächste Quest war die beste Art von Quest Das heißt Baroth, machen wir noch nicht Da tun wir uns vorher erstmal ein bisschen aufwerten Achso, rede mit dem Kommandantin Nicht mit der Kommandantin Was ist denn falsch mit mir, Alter Rede mit der Kommandantin Let's go Jetzt dran wie die Rüte noch Cool, cool Den Helm hab ich sogar schon mal hoch gemacht Wisst ihr Helm haben wir schon fast fertig Seht ihr Leute Easy Nur der Rest Nur der Rest fehlt Kriegen wir auch hin Ein Problem könnte auch die Abwehrmissionen sein Die Die Wäre den Zora Magdoros Ab der Erste Noch den Anja Das Ding ist, wir haben auch nicht mehr so viele Monster Wir haben jetzt doch Wir haben jetzt Baroth, Jura Dann kommt Tobi Dann kommt schon Anja Dann sind wir beim ersten Zora Magdoros Und dann wird schon noch kritischer Bevor wir jetzt die Quest annehmen Machen wir erstmal alle Sidequests Würde ich sagen Ich muss schon wieder Ich muss schon aufs Klo Ist das da Oh, alter Pilz im Wald Kriegen wir Nahrung Machen wir mal Brauchen wir Ich gehe ganz kurz pinkeln Bin gleich wieder da Oh, scheiße Ich hatte die Ego gemacht Die Ego gemacht Ich habe nämlich schon wieder Fatsch Alter Die haben definitiv das Fenster offen Sonst war das nicht so laut Weil das Echot Das Echot einfach vom fucking Balkon aus Liefer Quest Ja, danke, dass du mir das nochmal erklärst Weil ich glaube, darauf wäre ich selber nicht gekommen Freundlich Weil jetzt Hier sind große ja krass Cool Ich müsste Ich müsste Monster Und ein, zwei Mal spielen Oh Gott Ich habe wieder so viele Spiele angefangen Das ist nicht mehr normal Also hier Ah, das hat Sache Immer mit Ich bin froh, wenn das zu toll weg ist damit Weil das geht mir nämlich ziemlich auf den Keks Ich bin froh, ich bin froh will Ich hoffe, ich bin froh, ich bin froh ben Oh, reicht das? Nee. Super. So, wenn ich einen Großjagd-Rass töten würde, kommt schon. Also, wenn ein Großjagd-Rass mich töte, dann muss ich schon sehr dezent Scheiße spielen. Dann müsste ich ein Bogengewehr oder so spielen. Oder eine Waffe, die ich wirklich gar nicht kann. Was mich eher mehr gerade nervt, ist diese Musik, die sie da oben abspielen. Das nervt mich gerade eher mehr. Oh, hey, warte, da geht es zum Dings. Das ist ein bisschen nervig. Oh, okay. Hallo? Großjagd- Oh, what? Großjagd-Rass denke ich, Sir, nice to meet you erstmal. Junge, Alter. Haben wir es? Wir haben es. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, ich hätte mich das getroffen, wäre es gut gewesen. Man kann es auch knapp machen, ne? Hoppla. Goddammit. Ich muss mal gucken, ob ich die Waffen noch verwässern kann. Na dann, sagen wir mal Pilze. So, dann sammeln wir mal Pitsche. Hier. Hier. Noch 20. Yo. Okay. Alle Puckel. Wie in der Römisch-Puckel? Bin ich da? Ich bin mit dem Puckel, das müssen wir auch noch machen. Ah. Ist das nicht sogar das nächste Monster? Danach kommt, glaube ich, R-genau, Puckel und danach kommt Dings. Cool. Und O-Ball geht, wenn die Musik oben auf den Keks, ey. Tja, die Quest wäre mit zwei Mann besser. Weil ich mir gerade nicht ganz sicher bin, wo noch überall Pilze waren. Hallo? Casual walking Anja. Nein, nein. Du hast mich... Tu einfach so, du hättest mich gesehen, dann fühle ich mich besser. Alles klar. Ich bin froh, dass ich hier bald ausziehe. Bin ich ehrlich. Ich eigentlich Ruhe. Das geht mir echt auf den Keks, ey. Du Flieger. Boah. Anja ist da hinten. Okay. Ich will jetzt nur noch, dass mir Zugriff auf... Es fehlt nur noch, dass jetzt ein Ratar, das kommt. Und dann haben wir eigentlich alles komplett. Dann haben wir alles gesehen. Oh, da ist ein Moosschwein. Nice. Positives. Well. Die Musik oben ist aus. Nice. Haut bekommen. Die Musik oben ist aus. Das ist schon mal was Positives. Darauf freue ich mich schon am meisten, wenn ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss. Ich will noch ein bisschen Efeu mitnehmen. Hmm. Irgendwann wollen wir gar nicht hin eigentlich. Das bringt nichts. Drüben machen wir mehr Efeu. Das kann aber, ob ich hier schon mal jemand... Ob ich hier schon mal jemand war. Na ja, Tatsache. Oh. Ja, zu viel ist zu... Ja, hier wollen wir nicht hin, weil es bringt nicht viel, ne? Ah, ich schau einfach hier runter. Wuii. Wäre jetzt ein Anja hier gewesen, äh... Ripp. Wow. Keiner. Das ist ein Scheiß-Mini-Fliegen. Ich hab hier so... Ich hab hier so ein Obst-Fliegen-Problem, ey. Die fliegen ja die ganze Zeit rum. Das ist ein bisschen nervig. Tchee. Geh weg. Hätt ich so fliegen. Hilfe. Ich werde belästig. Die Pilze ist respawned. Let's go. Was man nicht alles macht. Nice. Noch drei. Ja, da kriegen wir jetzt noch Untersuchungspunkte. Kurzer Dank. Gut. Ich hab... Ich hab statt Snowdev MoDev geschrieben. Oh mein Gott, Alter. Schön, dass ich das... Mensch, gut, dass ich das realisieren... Gut, dass ich das noch gesehen habe. Aber... Gut, dass ich das noch nicht... Man kennt's nicht. Belastend. Einfach nur belastend. MoDev. Gut, dass ich das noch nicht... Man kennt's. Totoschkuh. Ei, ei, ei. Ui. Weckte können geliefert werden. Merci. Merci. Mhm. Nicht nur ein paar. Ja, bitteschön. Königstuffel. Oui. Für die Steak. Nice. Fangen Kulu. Großes Monster fangen. Insekten besorgen. Oh Gott, was war das noch ein bisschen, ey? Uuh. Uuh. Trinkt ihr Pukki-Pukki-Jagd? Ach. Ne, so trinkt ist das nicht. Stimmt, den Pukki habe ich vergessen. Au. Hab ich den letzten... Hab ich den vorhin erwähnt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vorhin erwähnt habe. Nice. Ich weiß erst mal, dass ich... ...die Untersuchung annehmen hier. Und... ...Rüstkugeln fahren, ne? Weil wir brauchen Rüstkugeln. Hurray. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der große Akraus uns killt. Aber ich hoffe, das passiert jetzt einfach mal nicht. Wäre ich traurig drüber? Eigentlich nicht. Nicht wirklich, ne. Eigentlich... Ich würde es irgendwie fast befürworten, dass es passiert. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Charakter jemals weit kommen werde. Aber gut, hey, wir haben das Spiel auch nur mit Ledo durchgespielt. Dann kriegen wir das auch nur mit Ketten durch. Der nächste Schritt wäre eigentlich, das Spiel nackt und ohne Sterben durchzuspielen. Das wäre der nächste Schritt. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu heavy. Ich habe ja schon ein Problem mit nur ohne Sterben das Spiel durchzuspielen. Das brauche ich eigentlich, um meine Schmerz zu verbessern. Das ist nicht Legianer. Das ist Tritzi. Oh, Mann. Man. Dauert. Das dauert. Wow. Haben wir alles? Ja, why not. Aber ich bin der Meinung, die sollten, weil wir ja, wir spielen Broly, bekannt für Zerstörung und so. Also würde ich sagen, wir gehen auch auf Explosionen. Das heißt, wir werden die Zora Magdoros-Waffe definitiv abformen. Das ist, ich liebe, ich liebe das Kind jetzt schon. Die machen übertrieben viel Damage dann, aber halten halt einfach gar nichts aus, weil, weil, feiere ich jetzt schon. Das ist Lieblingscharakter und so. Oh je, warum bin ich so müde? Die will mir machen mich fertig, darum bin ich so müde. So, hier warten. Kriegen wir nämlich einen kleinen Angriffsbuch. Den einfach auf ihn draufjumpen. Weiß ich nicht, ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Vielleicht? Wo sie den zweiten Blech rauskriegt. Nö. Okay. Deja Vu. Was ist das? Was ist das? Cool. So weit, da wird das manchmal so, die Angriffe vom Großjagrass manchmal einfach nur durchgehen. Nicht treffen. Nicht treffen. Festation geht auf Abhebkommando. treffe ich das ja das nicht mehr ich trau mir irgendwie gerade selber zu sich gegen ein großjahr was sterbe ist das irgendwie merkwürdig ich trau mir gerade selber zu sich gegen den großjahr graf sterbe wenn ich ihn richtig einschätzen müsste jetzt hier runter laufen das heißt wir können hier entgegen kommen ich möchte ich weiß am ende ja ja genau dead